hier drinnen geht das nicht die sind verpackt ich bin so geil hier drinnen eigentlich aber ich sterbe trotzdem ich habe ich bin schon auf dem boden gefallen ich habe auf die spitzen geblutet alles mögliche recht ich habe nicht einmal habe ich nicht eine quest geschafft allein das ist unglaublich das ist erst die das ist das ist erst mal die hier passiert ich bin so heiß auf die das glaubst du nicht ich bin bereit alles klar ich bin schon laufen weiter geht es leute wir questen uns quest for the golden trophy geili 16 den ganzen namen die muss ich mir noch merken vier leute unglaublich und alle sprechen deutsch nein nein ich hab zwei freunde die das spielen aber die kommen momentan nicht klar weil die umziehen müssen und solche sachen und ansonsten ist es eh nur abfuck und viele viele komische leute das wäre geil ich danke euch leute ich danke euch ja die ersten die ersten vier level sind auch kein ding macht immer ruhig ihr braucht ihr braucht nicht wegen mir warten oder so so beim nächsten level das macht hartzahle ne das schaffe ich wir stehen bloß dahinter und ähm so passt ob das dem nicht passiert aber ich bräuch ich bräuchte eigentlich ein schwert ich bräuchte eigentlich ein schwert für das nächste level aber ey lacht mich nicht aus wie ich das machen ich mache das immer das ist ja wo ist es okay so 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 Wer braucht das Schwert? Ich brauche kein Schwert mehr, das war nur wegen diesem einen Vogel. Lass uns das alleine machen. Ihr braucht... Haltet euch mal im Hintergrund. Ja, ihr könnt... Oh, sorry! Ich schaff das, ich schaff das ohne Scheiß. Nur jetzt wird's hart, ne? Ich treffe nicht mehr! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Outsch! Woah! Normalerweise bin ich viel weiter unten, wenn ich gegen diesen Mob kämpfe. Oh mein Gott. Ja, ich will mich nicht so in den Vordergrund drängen, deswegen... So, was machst du? Nein, spielt mal ruhig mit. Sonst blamiere ich mich nur. Vor den ganzen Profi-Gamern hier. Nein, ich... Das jetzt ist wieder einfach. Jetzt könnt ihr die ganze Zeit hinter mir bleiben. Das ist kein Ding. Okay. Gut, dann bleiben wir mal hinten. Und lasst den Alen oder zu 10 Meter vorlaufen. Vorlaufen, das ist mit dem Venom. Und jetzt kommt das Level, wo er hängt. Nein, erst... Erst im nächsten. Erst im nächsten Level. Nee! Gah! Echt jetzt? Jetzt musst du uns da retten und wir sind deine Security nachvoll. Welche Blabage ist das? Hammer. Ja, das läuft jetzt gerade ein bisschen anders ab, aber es ist ja kein Ding. Wie gesagt, deswegen, kämpft ruhig mit. Sicher ist sicher, weil normalerweise mache ich das alles ein bisschen langsamer. Und die Kugel kann man... Langsam, ja. Wow, was war das? Dankeschön. Wo kam der denn her, der letzte? Mit dem Bogen geht das nicht. Der geht zur Arbeit. Jetzt müsst ihr mir helfen. Die fetten Viecher, die... Das ist das Problem. Alleine. Aber siehst du, wie gut ich bin? Ich habe 350 Punkte. Ich bin der Beste bis jetzt. Mach den noch... Ihr könnt ruhig... Du kannst zumindest sagen, du kennst jetzt jemanden, der besser ist als du. Ich... Oh mein Gott. Ich glaube, in dem Spiel sind, glaube ich, fast alle besser als du. Jetzt... Hier ist meine Grenze. Hier bin ich nie weitergekommen. Denn heute ein Hinder... Er stirbt. Ich... Das... Oh man... Das... 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 Ich hab mich nicht bewegt, wie hast du mich getrocknet? Voll scheiße! Ouch! Oh man! Wir sind tot! Wieso kann er sich bewegen? Wie machst du das? Wo ist meine Waffe? Oh mein Gott, das ist so hektisch! Und gleich kommt der Typ hinter mir wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, das ist so hektisch! Ich habe eine andere andere andere. Ich weiß gar nicht, nicht mehr! Hilfe, oh mein Gott, tötet sie, was auch immer ihr macht, Hilfe, ja, komm schon, Bruder, komm schon, ja, meiner. Ich hab einen, ja, genau so, genau so, ja, ich bin völlig überfordert gerade, ich hab überhaupt keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Oh, genau in dem Moment, wo ich geschossen habe, tut mir leid. Warum schieße ich so klein? Glück euch. Noch mal eine Runde, oder was? Haben wir es? Ich hab's. Doch, doch, das Licht ist an. Ich hab's, wir haben's. Ja, ich hab's jetzt nicht, wieso kann ich nicht schießen mit dem Boden? Was denn los, hier? Du kannst nicht schießen. Oh, ich schieße so klein. Ja, wie in dem, ähm, im Startbildschirm, ne? Oh, oh. Ja, dann, solltest du vielleicht mal eine Runde schlafen gehen, oder so? Ich hab Schlafprobleme, ich kann so oder so nicht schlafen. Ich könnte um ein Uhr morgens ins Bett gehen, ich würde das, was nichts biss. Ich meine, ich würde um 21 Uhr ins Bett gehen können, ich würde erst mitternacht einschlafen. Kenn ich. Ich weiß nicht, warum, ich kann das einfach nicht. Kenn ich, kenn ich. Oh, er hat gewonnen, er hat gewonnen. Ja, endlich. Unglaublich. Ey, ich danke euch so fett. Alles, was jetzt kommt, kenn ich überhaupt nicht. Ja, ihr habt einen schwierigen Level. Ich kenn's. Das andere war einfach, das war Kinderkacke. Okay. Ich hab schon mal komplett durchgespielt. Alleine? Ja, das zweite Mal beim letzten Level versagt. Kommt ihr nicht, kennt das Level nicht. Ja. Kommt rein. Oh mein Gott. So, da kommt man ja auch hoch. Krass, 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 krass. Da kommt man. Wow. Wow, wie knapp. Wie knapp, wie knapp, ey. Krass. Ja, wo gehen wir denn lang? Rechts oder links? Ich hab keine Ahnung. Unten. Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott! Hier! Boah, wie ich überlebe! Boah, Jungs, das ist der Mann! Boah! Boah! Boah Leute, episch! So geil! So geil! Danke dir Mann! Und auf zum nächsten Level! Danke dir Alter! Kein Problem! Doch, das ist schon echt ne coole Sache! Weil meine Leute momentan haben die keine Zeit für den Scheiß, weißt du? Und es macht halt mega Fun, ne? Und zu viert macht es natürlich noch mehr Fun! Und esse ich ne Waffe, oder was? Jo! Was gibt's? Hä? Ach! Sorry! Sorry! Doch, das ist schon nett mit euch! Mist! Oh, das ist ein paar Mal weiter! Wo denn? Wo bist du? Warum bist du gestorben? Hier ist doch keiner! Ja, weil mich auf die Tür getroffen hat! Okay! Sind wir schon fertig? Der Kurze scheint es zu wissen! Boah! Boah! Ich übergebe mir einen Pfeil und einen Bogen! Ich bin Katniss Everdeen! Das kommt mit der Zeit! Wenn man so jung ist, ist das so! Weißt du? Wenn man älter wird, dann ist das mehr... Verstehst du? Ja, aber nein! Ich meine jetzt nicht in echt! Ich weiß doch! Ich weiß doch! Ich weiß doch! Ich hätte auch jagen können! Nein! Das sah nur geil aus! Wie du so geschossen hast und der Fall einfach nur so... Du machst das so schwach und das schießt noch so weit! Wieso? Wenn ich das mache, dann schießt der... Ja, keine Ahnung! Vielleicht ist das ja bei dir verpackt! Wenn man diese Quest startet, dann... Und man nimmt einen Bogen in dem Vorladebildschirm, dann schießt der ja auch so scheiße! So! Ich habe dir jetzt die Trophäe mitgebracht, große Meister! Dankeschön! Kannst du mit ins nächste Level nehmen? Ich versuch's! Ist das der Pokal der... Nee, ist das weg? Weg! Ja! Ja! Danke dir! Ja! 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 Das ist der Ball! Deine! Ach, ich bin so... Das ist das, was ich jetzt! Los! Das ist das, was... Ich bin... Hilfe! 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 Hinter euch! Der kommt nicht hier hoch! Der kommt nicht hier hoch! Der kommt nicht hier hoch! Das ist nicht wahr! Warte, warte, ich komme! Ich komme! Ich habe nicht kaum was! Weg! Mensch dann dreh dich um! Hier schießen meine Leute ab! Das ist nicht wahr! Ich komme! Schnell! Nein! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Oh mein Gott! Das ist krass! Das ist krass! Das ist krass! Ja! Hammer! Ich lebe noch! Leute, ich lebe noch! Ich habe den Spaß meines Lebens! Ohne Scheiß! Boah, ist das Hammer! Ihr habt das bestimmt alle schon vor zwei Jahren gespielt! Es tut mir echt leid! Ich habe das erst seit zwei Monaten! Weil du hast die beste Zahl von uns allen! Ich kämpfe wie ein Lurch! Ich schwitze wie ein Bär hier! Weiter geht's! Wow! Knapp, Alter! Keiner trifft! Wie dumm wir sind! ... ... ... ... ... ... ... das ist anstrengend mach mal hier so alter die ganze zeit guck mal mein video morgen guck mal mein video ist mit facecam okay nein aber es muss so sein man muss schwitzen wieso ich hole ihn wer ist da ach so übel was ok ich nein 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 ich hab ein schwert in der hand warum scheiße deswegen konnte ich nicht abklatschen hier hier mein gott bin ich ja 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 ne 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 Der Kampf des Lebens, Alter. Oh, ich bin ja super. 7.000. 7.000. Die Nullen passen nicht dran. Ey, ich muss mal eben kurz meine Jacke ausziehen. Einen Moment. Boah. Mein Score. Äh, wie, hast du doch Klamotten an beim VR-Spiel? Als ich nach Hause gekommen bin, war es kalt. So. Der Tipp ist ja eine Drecksau. Wir spielen alle nackt und du hast Klamotten an. Ja, ich hab mir das schon fast gedacht, dass... Ich bin bei ihm auf der Seite. Geil, ich bin. Ich bin bei mir als Pullover und Jacke. Boah. Sonst gehst du ja kaputt. So. Nein, ich... Der Durchbruch beim... Der Durchbruch beim Streamen wird kommen, wenn ich im Tanga streame. Haha. Das muss ich gerne sehen. Gerne. Wo seid ihr? Wir haben übrigens vor, jetzt ein Treffen zu machen in Österreich, danach in Köln. Das hätte ich gekommst du uns. Dortmund. Boah, Leute, jetzt kommt er. Ich treffe euch immer wieder. Es tut mir so leid, ey. Schon wieder. Wow. Macht was, Jungs, Alter. Out. Nein. Hilfe. 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 Danke dir. Ah! da ist er da 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 nein wer war das scheiße verschwinde ja ich habe ihn nicht gesehen ja da ja 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 Oh, come on. 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 Oh, come on.